Wir sind in Giffhorn, wir sind in Hagen, wir sind hier in Lolla, in Offenbach, Weinfurt. Zwei Wochen, acht Bundesländer, viele, viele Begegnungen. Ich will mitkriegen, was bewegt die Menschen, was sind die Fragen unserer Zeit und was bewegt auch unsere Kinder und Jugendlichen. Der nationale Aktionsplan ist ein Auftrag der Europäischen Union an die Nationalstaaten, die eigenen Strukturen dahingehend zu überprüfen, ob wir für unsere Kinder die besten Startchancen ins Leben mit auf den Weg geben. Mir war zum Beispiel nicht ganz bewusst bis zu diesem Zeitpunkt, dass unsere frühen Hilfen ein Exportprodukt in Europa sind. Da versuchen wir eben ganz frühzeitig anzusetzen und dafür brauchen wir eben ganz niedrigschwellige Personen, die auch begleiten. Eltern erreichen Elternstärken, um die Chancen, ihre Kinder zu verbessern. So, und jetzt will ich mein Lagerfeuer hier haben. Das musst du so umreden. Und ich bin total gespannt, was ihr uns und was ihr Frau Delikös erzählen werdet über eure Leseoase, was euch wichtig ist. Mein Lese heißt Kunst, Sprung, Sport und Auto. Wenn es diesen Raum hier nicht gäbe, dann wäre das mit der Leseoase schwierig. Ein Ort für Kinder, gestaltet mit den Kindern, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie Bücher lesen, aber auch einfach miteinander gute Zeit verbringen. Ein Ort, das Kinder nicht nur zusammenbringt, sondern auch zusammenwachsen lässt. Wir müssen Aufenthaltsbedingungen thematisieren. Immer wieder, egal wo man spielt und in welcher Liga man spielt. In Situationen kommen, in denen wir versuchen können, über unsere Kommunikationswege, die wir haben, sozusagen auch Aufenthaltsbedingungen versuchen können, die zu verändern. Gemeinsam gegen Rassismus, Sexismus, gemeinsam gegen Homophobie ein Bewusstsein zu schaffen. Für das Miteinander, für Akzeptanz, für Toleranz, für Vielfalt. Die Hauptthemen, was die Menschen hier beschäftigen, ist die Zukunft einer Integrationsgesellschaft. Wie kriegen wir unsere Kinder und Jugendlichen wieder raus in das reale Leben, in die Stadtgemeinschaft? Und was ich auch mitgenommen habe, ist, dass es eine Sehnsucht gibt nach Begegnungsorten. Unser Ziel wäre, sie davon zu überzeugen, dass sie weitermachen und deshalb bin ich jetzt heute hier. Ich glaube, eine der zentralen Aufgaben der Jugendmigrationsdienste ist die Unterstützung, Beratung, Begleitung, so das Herzstück der Arbeit. Meine Lehrerin Bianca ist der Beste. Neue Chancen schaffen, indem man ihnen eine Tür dafür öffnet, das machen die Jugendmigrationsdienste. Auf unserem Weg haben wir mehrere Projekte, insbesondere Frauenprojekte besucht, die Integration gelingen lassen. Dabei geht es darum, Eltern zu unterstützen, Mütter zu unterstützen und mit ihnen auch ihre Kinder stark zu machen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, aber es geht weiter. Wir möchten gemeinsam stark sein für unsere Kinder, für Aufwachsen in Deutschland.